Digga, es ist eineinhalb Monate her und jetzt kriege ich einen Bamm reingedrückt. Eine Stunde? Nein, das ist doch keine Stunde, Digga. Das ist wirklich eine... ...verzickte Stunde. Das ist... eigentlich ist es eine Frechheit, Digga. Du bezahlst für dieses Spiel Vollpreis. Du quittest aus einer Runde raus, aus was für einem Grund auch immer. Du spielst das Spiel ein Monat nicht. Über einen Monat habt ihr das Spiel. Du kommst rein, musst eine Stunde warten, bis du spielen kannst. Oh mein Gott! Oh, oh! Oh!